Ich fände mich doch gerne mit. Nee. Ah, jetzt sind wir hier wieder. Ey. Und diesmal sind die Laser an. Kaputt. Und kaputt. Mein Gott sind wir einfach. Ist ja nicht zu fassen. Haben wir dort vergessen? Nein. Ah, scheiße doch. Wobei, warum scheiße? Die müssten sowieso wieder alles kaputt machen. So. Boah, jetzt hängt mein Kabel zwischen den... Zwischen den... Controller Sticks, ey. Ob keine Roboter, warum nicht? Ist okay. Der Sturm... Der Sturm... ...gezapft oder was? Der Sturm... ... Der Sturm... Der Sturm... ... Der Sturm... ... Der Sturm... ... ... Jetzt stimmt hier doch wieder nicht. Irgendwas. Ach, da sind sie ja. Nein! Nein! Man könnte meinen, dass er mir Oskorb wegnehmen wollte. Ich will nicht, dass du sein Versuchskaninchen bist, Gwen. Schöne Gwen. Wer weiß, was das Serum tut. Wenn es jemand riskieren muss, dann ich... Nein! Wenn es wirkt, produzieren wir es bei Oskorb. Nicht in einem irren Haus oder Kanal oder Spinnennetz. So, dann wollen wir mal... Was? Hallo, ich wollte nur helfen. Oh, lol. Alter! Krass, gehen die aufs Maul. Okay, ich scanne die Umgebung nochmal. Ist das nur schon? Es hätte nicht so kommen sollen. So. Oh, das ist das auch nicht? LOL! Und wo kam der denn? Ich weiß nicht. Komm weg! Oh, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Boah, krass, ey. Du kannst nicht gewinnen. Schießt in die Augen, oder was? BATS! Nein, nein, nein! Hier mehr weh als hier! Hier kommen noch mehr Treffer! Zeit dir bald wehzen! Nee, am Arsch tut mir sie. Ach, einfach mal. Hier kommt noch mehr Schmerz! Oh, das ist natürlich auch sehr... ...gut für den Rücken, ja. Sehr gymnastisch. Ach, Oskar! Mensch, zu Bescheid! So, was hat man denn noch... Hier oben war nichts mehr... Mal gucken... Ist irgendwas gelb? Nein, okay. ... 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